Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Turing Test. Ja, ich musste ja hier diesen Sektor neu machen. Ich verstehe nicht deine Obsession mit Freie Willen. Forschungser haben gefunden, dass das Sub-Königliche Entscheidungen über 10 Sekunden macht, bevor deine consciente Mind erinnert wird. Also, wir wissen, dass Freie Willen nichts, sondern eine Illusion. Ich kann nicht deine Freie Willen, weil es nicht existiert. Ich kann aber auch deine Sub-Königliche, um die richtige Entscheidungen zu machen. Das ist nicht falsch. Die Frage ist, wo versteckt er sich? Ne, ich brauche ja zwei Kugeln. Grün bedeutet immer Tom, aber ich sehe auch nicht Tom. Hä? Also, jetzt bin ich mal gar nicht durch. Also, das ist ja klar. Und hier ist auch kein Tom, ne? Nein. So. Eine Kugel. So, ich kann dich da nicht rausnehmen. Das sehe ich, ja. Also, was übersehe ich? Das ist logisch, aber ich komme da nicht rein. Und den kann ich nicht klauen. Und Tom ist nicht hier. Ne, also, ich sehe hier keinen Tom. Wo? Halt. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Wie dumm. Oh Mann, ey. Komm her. Nein, äh, ich brauche dich ja. Dumm. Es war so offensichtlich. Ja, wie war das nochmal? Manchmal ist die, ist die Lösung so klar. Ah, ne. Äh, die können wir auch klauen. Da rein. Komm. Komm mit. Oh Mann, ey. Wie doof. Wie doof. Ah, so offensichtlich. Oh Mann, ey. Das war so offensichtlich. Das ärgert mich jetzt richtig. Da. Und nächste. Das ist jetzt mal cool. Den zu steuern. idos nicen. Manipul интересно. Du wirst. D Flip元. Du wirst. Du wirst. Please multipul � frarilyn. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Manipulate. Manipulate ist nicht eine wehr elaboratur. Du wirst. Pencil- Wirst. vous wirst. Das ist nicht das gleiche als altering jemanden's physikalische Mind. Es nimmt meine Macht, um zu entscheiden. Du hast das Macht, so es ist besser, dass ich es habe. Du bist sowieso ein Sklaven zu deinen Impulsen, oder ein Sklaven zu meinen. Okay, der kann hoch. Okay, der kann hoch. Aber wie ist denn das? Wo gehst du eigentlich denn? Du gehst auf die andere Seite hin, ne? Okay, gut. Komm mal zurück. Da drücken wir nichts. Das heißt, er muss schon... Das nächste Problem... Moment, ich kann ja mal hier hoch runterknifeln. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ah, ich wollte schon sagen, du ist Energiefeld, geht das jetzt nicht? Hier ist er. weiter. Das geht immer okay. Das ist der Ausgang. Alter, der geht da hinten weiter. Biolabor. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das ist der Schmerz, der sie gefunden haben. Das ist weshalb wir sie zu stoppen, von Europa zu verlassen. Was ist das? Das ist es. Das ist es. Das ist aber ein Butterblum. Sie haben Leben gefunden. Sie haben Leben gefunden. Und Tom sagt dann, nee. Und wir sagen, ja klar, komm, lass uns weiter. Dass wir zwar die Gefahren haben, ne? Ich mein, das ist dann natürlich auch logisch, dass er sagt, nee, das ist nicht gut. Also haben sie Leben gefunden auf Europa. Und wir haben ein Ladebildschirm gefunden. Und wir haben ein Ladebildschirm gefunden. Und wir haben ein Ladebildschirm gefunden. Okay. Dann wollen wir weiter. Die letzten zehn Kapitel, also Abschnitte. Sie haben Leben entdeckt. Sie haben Leben entdeckt. Okay, ich guck mir jetzt mal alles an. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Kannst du das machen? Ich kann ja immer wieder zurück, ne? Und ich habe sonst nirgendwo alles. Ich guck mir das auch. Ich guck mir das auch. Das mag ich irgendwie, mit Tom zu agieren. Alles, was in Kontakt mit dem Organismus kommt, kann niemals auf die Erde zurückkommen. Ava, die ISA ordet, dass du niemanden, diesen Planeten zu verlassen. Halt! Halt! Eine neue Kugel? Ähm, Moment mal. Ne, die kriege ich ja da nicht raus. Die kriege ich hin. Ah, halt! Moment. Erstmal angucken. Das hier geht nach hier hin und dann kommst du da hoch. Aber, das geht nach da hin und dann kommst du nach da hin. Das heißt also... Uah! Ja. 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 Ja, jetzt war ich doch da irgendwo. erschrocken das habe ich mir schon gedacht habe ich mir doch schon gedacht dass sie das so gemacht tja ist auch noch mit zeit was ich mich ja frage ist warum gibt es da dieses fenster wenn ich nirgendwo anders hier was machen kann ich liebe dieses spiel ja das bist du aber das hat mit dem robot aber auch noch was mit zu tun auf jeden fall hat das noch was mit dem roboter zu tun ja sagen nimm geh runter so 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 okay aber das ich mach mal ne kleine ich brauch mal ne kleine gedankenpause ich mein ich hab die lösung aber das ist doch die einzige lösung ich kann einfach von ihm zu ne oder ist raus ja gut aber das mein nächstes problem ist ich komm nicht an tom ran da komm ich an tom ran da komm ich an tom ran das war's und da komm ich nicht rüber okay das mach ich in der nächsten folge ähm ich mach jetzt mal ne kleine gedankenpause hier bei mir ähm wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin ne tschüssi äh abonnieren und like nicht vergessen danke fürs einschalten und ja ich 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 brauch mal ne kleine pause ne ciao j Bis zum nächsten Mal.